Ich habe so ein kleines, ganz kurz, einen kurzen Text geschrieben und ich hoffe, dass das Ding braucht unheimlich lange, bis es hochläuft. So, ich brauche zwei Beisitzerinnen und Sie vielleicht. Freiwillige vor oder soll ich jemanden ausgucken? Gucken Sie jemand aus. Ich bestimme das mal. Einmal bitte. Und du warst auch so aufmerksam? Bitte sehr. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Das soll nicht gefallen sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Bitte Platz zu nehmen. Wir sind eigentlich nicht so viele. Das könnte reichen. So, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie gehen sich jetzt die Hände ganz gründlich waschen. Die lebensmittelrechtlichen Vorschriften sagen wir das so. Oder Sie können auch diese Hygiene übernehmen. Oder im Einverständnis mit allen anderen machen wir nicht. Handschuhen. 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 Entschuldigung. Handschuhen. Nichts. Und hier. Wir sind jetzt noch nicht dran. Wir haben hier. Also nur so kleine Stückchen, hier die Spieße ausspießen und das hier bitte verteilen ebenfalls. Also das und das. Jeweils ein solches Stückchen, ein solches Stückchen, jeweils mit einem Fieker, in so einem Becher. Ich habe zu viele Finger. Das hat schon mal funktioniert. Das ist ja nicht so. Zu Hause mache ich das ordentlich. Aber waschen wir hier. So, das muss man hier ins Geschehen. Das kann nicht schmerzen. Das ist eigentlich gut. Das ist hier. Sollen wir unterstützen? Der Frau mit den Gummihandschuhen auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ja, ich bin zu Hause, dein Koch. Ja, ja. 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 Ja, inzwischen hat das Teil funktioniert. Sind Sie nur Pausenfüller? Nein, Sie sind nicht Pausenfüller, sondern parallel, damit das anschließend nahtlos weitergeht. Also die kleine Geschichte heißt, der neue Lehrer in der vierten Klasse. Schüler A kommt nach Hause, Schüler B kommt nach Hause. Vater A fragt, und wie war es in der Schule, wie war der neue Lehrer? So viel, eigentlich recht identisch. Das ist die Ausgangsposition und es geht jetzt weiter. Schüler A antwortet, ganz nett, wir haben eigentlich nur gespielt. Schüler B antwortet, ganz nett, wir haben eigentlich nur gespielt. Vater A, was soll das? Zeig mir mal das Buch, was habt ihr durchgenommen? Zeig mir dein Heft. Was hast du aufgeschrieben? Schüler A, wir haben das Buch nicht benutzt. Und aufgeschrieben habe ich auch nichts. Weil das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr sollt arbeiten und was lernen und nicht spielen in der Schule. Vater B. Und was habt ihr gespielt? Schüler B. Schatzsuche. Wir haben den Schatz der Nibelung gesucht. Das ist schon mehr als tausend Jahre verschwunden. Und keiner weiß so genau, wo. Aber der Siegfried hat ihm den Allbericht gegeben und zum Aufpassen. Und den hatte er vorher einen Drachen weggenommen. Den hat er abgestochen. Und in seinem Blut hat er gebadet und dann selbst eine Drachenhaut bekommen. Und da ging dann kein Fall mehr durch. Und der Siegfried kam aus Xanten, weißt du? Und das ist ganz selten. Also Xanten. Also eine Stadt, die mit X anfängt. Und die haben wir dann gesucht, weil es diese Stadt sogar heute noch gibt. Und am Rhein. Und also schon in Holland. Oder fast Belgien. Aber jedenfalls da oben. Und das heißt nicht Holland, sondern das heißt die Niederlande. Und Holland ist nur eine Provinz in den Niederlanden. Und da war der Siegfried auch nochmal König. Also vor tausend Jahren. Und dann hat er sich verliebt in die Krimis. Aber die kannte er gar nicht. Er hatte nur von ihr gehört. Und die wohnte in Worms. Das gibt es heute auch noch. Und das ist auch am Rhein. Das war eigentlich ganz praktisch. Weil die hatten damals nur schlechte Straßen und keine Autos. Oder Eisenbahn. Und so konnte der Siegfried einfach den Rhein hochschippern. Wusstest du, dass der Rhein verkehrt rumfließt? Also von unten nach oben. Also auf der Karte jedenfalls. Aber das scheint nur so. Weil der Rhein aus dem Bodensee kommt. Und der Boden, der liegt höher als die Nordsee. Und der Gunther, also der Bruder von der Krimis, der wollte die Brunhild haben. Aber er traute sich nicht, weil die so stark waren. Und nur einen Mann haben wollte, der sie aufs Kreuz legen kann. Und das musste dann der Siegfried für ihn erledigen. Und der war ja super stark. Und dann sollte er als Belohnung die Krimis kriegen. Und dann haben die die Brunhild ausgetrickst. Der Siegfried hatte eine Tarnkappe, die unsichtbar machte. Und hat dann zusammen mit dem Gunther die Brunhild aufs Kreuz gelegt. Aber das ist nur ein Märchen. Also eine Sage. Wahrscheinlich hat sich der Siegfried nur als Gunther verkleidet. Und die Brunhild kannte den Gunther ja auch nicht. Aber dann haben sie doch alle geheiratet. Also der Gunther, die Brunhild und der Siegfried, die Krimhild. Und dann haben sich die zwei Frauen gezickt, weil die Brunhild sagte, sie sei mehr wert als die Krimhild. Und dass sie zuerst in die Kirche darf. Und die Krimhild erst hinterher. Und dann war die Krimhild stinkig. Und dann hat er erzählt, dass sie ausgetrickst worden ist. Und dass sie eigentlich der Siegfried sie aufs Kreuz gelegt hat. Und dann war die Brunhild stinkig. Und dann hat der Hagen gesagt, nein, sie hat dem Hagen gesagt, er soll den Siegfried umbringen. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann war die Krimhild so wütend, dass sie Attila, das war der König der Hunnen, in Ungarn oder da in der Gegend geheiratet hat, unter der Bedingung, dass er die ganze Sippschaft von der Brunhild abmoxt. Das war dann richtig Krieg. Das hat auch der Alberich irgendwie mitgekriegt. Und der sollte ja auf den Schatz aufpassen. Und dann hat er den Schatz irgendwo in den Rhein geworfen. Weil er sollte nicht in falsche Hände fallen, jetzt, wo der Siegfried tot war. Und wir haben jetzt rausgekriegt, dass es irgendwo zwischen Worms und Xanten sein muss. Aber da kann man nicht einfach langschippern und buddeln. Denn der Rhein, der ist jetzt gar nicht mehr da, wo er mal war. Wie vor tausend Jahren. Der hat immer Abkürzungen genug genommen und dann wurden neue Wege gebuddelt oder Überschwemmungen oder so. Und der Rhein hat jetzt einen ganz anderen Weg gesucht. Hast du gewusst, dass ein Fluss in der Kurve bremsen muss und dass man die Schiffe an die Leine genommen hat und am Ufer auf einem Trödelpfad von Menschen und Eseln gezogen hat? Wahrscheinlich wird man den Schatz nie finden. Und vielleicht hat es ihn ja auch nie gegeben. Und alles ist nur ein Märchen. Kein Applaus. Sie haben nur gespielt. Es wird nur gespielt. Ist das Abendessen bereit? Das ist ja schon fertig. Wunderbar. Das muss jeder was haben, ja? Ich hab nix. Achso, ich bin Ihnen, die haben wir vergessen. Ich hab nix. Darf ich nicht mitessen? Nein. So, noch das hier. Und ich mach das jetzt ohne Handschuh für mich. Er futtert schon, obwohl er gar nicht darf. Achso, ich hab nix. So, logisch. So, Sie haben hier zwei Erscheinungsformen der gleichen Frucht. Oder desgleichen, der gleichen Wurzel. Eine rohe, eine gekochte. Und ich würde Sie bitten, jetzt sich eine von den beiden auszusuchen. Die Sie mehr oder weniger mögen. Aus welchem Grund auch immer, suchen Sie sich eine aus. Essen Sie sie bitte. Und spüren Sie nach, was Ihnen daran gut oder weniger gut schmeckt. Wenn das Wert weg, fertig ist, nehmen Sie das zweite Stück, machen das gleiche noch ein Mal und vergleichen die beiden Empfindungen. Also man muss beide das machen. Es wäre gut. Ganz klar. Man kann auch beides verweigern. Ja, dann kann man ja das Bessere sich für zum Glück aufhören. Ja, ich glaube, das ist übrigens auch gerade. Ja, ich muss noch ein paar Sachen. Ja, das ist gut. alle fertig wer hat zuerst das gekochte märchen gegessen und zuerst das rohe mörchen ich würde sagen es ist sehr party jetzt frage ich mal wer das rohe mörchen zuerst gegessen hat warum also nicht ausgesucht weil es besser schmeckt das kindheitsmuster das ist bestimmt nicht so weil es geschützt sein soll und wer hat das gekochte mörchen lieber gehabt lieber das ist die falsche Frage und warum weißt du was man nie gegessen hat weil es scheiße schmeckt ich würde das sanfte sagen das war größer aber ich weiß dass mir das rohe besser schmeckt ich war neugierig wie viel von der möhre noch übrig geblieben ist ich war neugierig wie gut es beziehungsweise wie schlecht es schon schmeckt weil es die normale möhre schmeckt das weiß es ja ich war neugierig wie gut es noch ist das rohe war auch bio ja ich kann die tüte noch zeigen das war nicht entscheidend oder moral wurde entfiegt nein es gibt keine moral es gibt keine moral nein das sind jetzt im grunde genommen Fragen gut zum teil haben sie sie ja beantwortet mit Kindheit aber das Gefühl noch nie eine gekochte Möhre dieser Art gegessen aus dem Haas aus dem Haas das sind ja gewachsene Impulse nicht jetzt nur aus dieser Situation sondern es ist einfach die Reaktion auf diese Situation das schon aber diese ganzen diese Reaktion hat ja eine Geschichte und die ist gebildet worden beispielsweise ist hier eine Möhre was rohes ist immer gesagt worden und je nach Verhältnis zum Beispiel zu seinen Eltern oder zu diesen Bezugspersonen verinnerlicht man das und übernimmt es oder man rebelliert dagegen und sagt nur gerade nicht also diese beiden prinzipiell diese beiden und alle Nuancen dazwischen Möglichkeiten bestehen im Verhältnis zu normalerweise zu seinen Eltern und was interessant ist versuchen Sie mal jetzt dieses Erlebnis jetzt eben dieser Unterschied diese Auswahl ja es war ja eine Alternative und ich glaube keiner hat die die letzte Alternative genommen esse ich nicht mag ich nicht oder hast du vorgegeben dass er ein Bein essen ja gut wieso bist du so autoritätsgläubig nein ich höre auf dich ist doch nein aber das ist das ist zum Beispiel auch diese Sache die in vielen Experimenten ja festgestellt wird das stellt sich jemand hin gut ich habe jetzt keinen weißen Kittel aber manchmal gibt dieser weiße Kittel ja auch noch die zusätzliche Autorität ich sag was und ihr macht das fertig das heißt keiner hat sich geweigert gut ist ja vor allen Leuten zubereitet worden dieses Glas ist frisch geöffnet worden die Möhre ist geschält worden man hat also gesehen es ist sehr wahrscheinlich nichts schädliches aber deswegen hat man doch seine Vorlieben und kann sagen nee diese gekochte Möhre das schmeckt doch schweißlich das esse ich nicht fertig also ich habe ich habe einen bestimmten Grund es entspricht mehr meinem Temperament etwas weiches zartes zu essen als in die Möhre rein zu beißen wie Herr Sancho nein was machen wir und wir zu essen den Ton was essen das braucht sein Sancho ich habe mich gefragt soll ich beide muss ich wirklich beide essen das ist ja noch ich hätte nicht hören müssen natürlich aber du bist halt mein großes Vorbild also wenn er jetzt rohe Schnecken serviert hätte dann hätte ich mich geweigert ja ja aber ich meine Möhren sind relativ unverfänglich sie sind also Spinat ist sehr emotionsgeladen bei manchen bei manchen Läusen Schnecken natürlich auch Möhren kenne ich hier wirklich wenig bitte also gekocht also so aus dem Glas gekocht ja aber dann noch so ein bisschen bis da aber das aus dem Glas würde ich nicht machen ich hätte empfohlen das ist aber für mich so oh ja so worauf ich Ihnen aus wollte ist dass Sie vielleicht jetzt Ihre eigene Reaktion Ihr eigenes Empfinden noch einmal Revue passieren lassen als diese Zumutung erst mal kam jetzt mal was zu essen Coram Publicum welche Situation oder wem war es peinlich jetzt die rohe Karotte zu essen weil das so einen Krach macht Krach haben alle gemacht aber manche haben eben ganz ganz vorsichtig gekaut damit es möglichst nicht laut ist das heißt da ist eine gewisse Peinlichkeit mit drin und darauf möchte ich hinaus etwas was weh tut oder was einem zuwider ist und man es trotzdem macht warum was läuft da an Impulsen an Überlegungen im Hintergrund ab und das ist im Grunde genommen jetzt eine Diskussion die Sie gerne in was machen wir 15 Minuten Pause ok bisschen Pause machen inzwischen kann ich das ganze Geschirr wieder einsammeln das war nicht aufgeplant von mir das war nicht aufgeplant von mir das ist eine spontane Reaktion jetzt dürfen Sie es auch ruhig nutzen aber die Gravitations ist das Schickste ja wenn da muss man es einsammeln das ganze ja 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 gut er hat den und franz und gravitas ja jetzt können Sie die Zeit zurücklaufen lassen und das Glas ist wieder heil. Ah, nee, 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 das kann ich nicht. Ach, nee, nee, ich habe die Kopie mal zu geben. Genau. Ja, sie ist so gut. Ja, auch. Zwei Fall. Ach, nur eine Richtung. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt so überhaupt in der Pause über diese kleine Märchengeschichte unterhalten haben. Unheuerlich. Unheuerlich. Wir sind doch nicht so ganz schön. Wir haben noch Delle gefunden, bitte. Denkmodell. Ich will nie beheben. Jetzt die Frage eben, was ist jetzt daran das Kau und Tische? Und dazu würde ich gerne mal wieder eine neue Wörtersammlung geben. So, wir kommen gleich noch. So, Sie können sich aussuchen. Wollen Sie Begriffe zu Liebe und Hass oder zu Stolz und Scham? Liebe und Hass ist einfacher. Liebe und Hass ist einfacher. Gott, Hass ist stärker. Stolz und Scham und Hass ist schon so oft diskutiert worden. Herr Herr Körkel. Wollen wir Ihnen mal von vorne erklären, dass es hier um eine normale Entgeltheit hat. Hass und Liebe können immer zusammen, Scham und Scham und Scham immer, Schönheit und Hessigkeit immer, gute, böse immer. Ja, das muss man ausgehen erfunden, dass sie untrennbar sind. Das mag sein, ja. Man kann es so darstellen, man kann es auch, wie soll man machen, auf einer bestimmten Empfindungsskala, als die beiden Endpunkte sehen. Und genau das möchte ich versuchen, mal jetzt rauszuklamüstern. Und dazu möchte ich Sie bitten, jeder für sich, fangen wir mal hier bei Ihnen an, und jetzt fangen wir hier an. Möglichst ein Wort. Also nehmen wir jetzt Liebe und Hass. Ein Wort, das in den Bereich Liebe und Hass gehört, aber eben nicht Liebe ist und nicht Hass ist, sondern eben etwas dazwischen. Und es ist nach Möglichkeit das Ganze in einem Wort und dann, ich packe dann, sagen wir mal, die Liebe hier hin und den Hass da hin und dann kleben Sie bitte das, wo Sie das ungefähr einordnen möchten. Skala von minus 10 bis 15? Von mir aus bis 200. Ich schreibe ein Wort, ein Wort, das irgendwo dazwischen ist, dann ziehen Sie das Ding ab, geben Sie es weiter und wenn das Wort zu lang ist, nehmen Sie einfach zwei Seiten und schreiben es halt über zwei. Es sind genügend Zettel da. Man sollte es noch lesen können. Da fällt ja das Problem schon an. Das brauchen Sie nicht zu trocken. Ja, genau dazwischen. Wo soll das hin? Ja, das entscheiden Sie jetzt. Ach so. In welchem Bereich das dazu gehört. Erzähl mich in der Mitte. Wenn nicht lesen, könnte es sein, dass es vielleicht nur das Gleiche ist. Ich glaube, wir sollten später erst aufgehen, oder? Wirklich? Wenn man aufs Gleiche kommt, bemerkenswerde. Ja, ja, so funktioniert das natürlich nicht. So. Gleichwürdigkeit. Gleichwürdigkeit. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gleichwürdigkeit. Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das steht auf dem Kopf? Sollte das sein? Ja, absichtlich. Absichtlich? Absichtlich. Ja, Chaos. Kann ja auch mal auf dem Kopf stehen, oder? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Da müssen wir es noch mal drehen. Hier haben wir auf die Überweise gesichert. Gut. Hier haben wir zweimal Gleichgültigkeit, zweimal Abneigung, Verachtung. Gleichgültigkeit. Das ist das Gleichgültigkeit. Zwiespalt, Zwiespalt, sehr weit oben, also oberhalb von der Mitte, da hätte ich gerne eine Erklärung dafür. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer ist eine Zwiespalt? Ich. Ach, die Hilda. Aber ich habe das nicht mehr hingeklebt. Ach so. Jetzt kann man natürlich die Verantwortung ablesen. Wo hättest du es denn hingeklebt? Weiter hoch oder weiter runter? Ich habe nicht gewusst, dass das eine Rolle spielt. In der Mitte hätte ich es auf jeden Fall geklebt. Ja, also Liebe und Hass. Ja. Und irgendwie ist es näher bei einer Liebe oder es ist näher bei einer Hass? Nein, das war genau in der Mitte. Da war ich dran schuld. Ja. Genau in der Mitte. Genau in der Mitte. Ja. Dann haben wir ja den Grund, sagen wir es so. Vielleicht. Zuneigung, Herzlichkeit, Zärtlichkeit. Kann man das jetzt nochmal aufteilen und jetzt kommt nämlich Ihre Einwand nach dem Geist. Wenn ich jetzt Liebe und Hass als seelische Regungen ansehe, müssen die sich ja auch irgendwie äußern. Und wenn wir die Seele so als irgendwie so etwas nicht Stoffliches sehen, muss es sich im Stofflichen, sprich im Körperlichen und Geistigen widerspiegeln. Und was würden Sie jetzt sagen, bei diesen Definitionen gehört mehr in den körperlichen Bereich und was ist mehr im geistigen, sagen wir mal im übertragenen Sinne? Danke. Danke. Also Zärtlichkeit ist wahrscheinlich eher körperlich. Nein, das ist nicht ganz richtig. Na ja. Könnten auch Gedanken sein. Da kann es nicht trennen. Da kann es nicht trennen. Na ja. Bisschen schon. Aber man kann es schon sortieren. Bisschen können Sie mal probieren. Ja, da ist im Grunde genommen, ist da schon die ganze Problematik mit drin, dass man einzelnen Dingen nicht eindeutige Zuordnungs- oder Bereiche zubelegen kann. Und das ist genau, sagen wir mal, jetzt greife ich ein bisschen vor, nämlich auf das Energam, diese Charakterisierung von Menschen, Typen. Ja. Und die Charakterisierung betrifft nicht den Charakter, sondern die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit, die sich erst entwickelt und da als wesentlicher Punkt, angefangen von kleinster Kindheit, wie muss ich mich meiner Umwelt zeigen oder mitteilen, damit ich überleben kann. Kannst du das nochmal ganz kurz differenzieren mit Persönlichkeit und Charakter? Das ist mir jetzt nicht ganz klar geworden, der Unterschied. Ich würde sagen, ein Charakter ist etwas, was in dir steckt, was eine Grund... Psychogramm, oder? Nein, es ist kein Psychogramm. Es ist eine Grundvoraussetzung, die dein, sagen wir mal, dein ganzes Wesen ausmacht, aber nicht von irgendwie anderen Dingen beeinflusst wird. Die Persönlichkeit ist etwas, zu dem du wirst, in dem du dich entwickelst. Also, der Charakter ist genetisch, oder? Der Charakter ist eher etwas Genetisches, etwas... Aber neutral, natürlich. Ja, es ist eigentlich auch neutral. Angeregt. Es sind ganz, ganz viele Versuche gemacht worden, die die Charaktere von Menschen zu definieren, aufgrund des Körperbaus, was weiß ich, oder aufgrund ihres Verhaltens, was weiß ich. Da gab es dann den Choleriker, und das andere war dann der Pygniker, und der nächste war mehr so körperlich betonte. Also, es hat nie so richtig funktioniert. Und das ist, sagen wir mal, der große Unterschied zum Enneagram. Es legt nichts fest. Es gibt nur eigentlich nur solche Varianten, zum Beispiel sowas. Und dass man feststellt, es gibt so eine Art Archetypen, aber nur als Typus, nicht als Mensch. Weil kein Mensch entspricht irgendeinem Archetypus. Man kann nicht nur böse sein, oder nur gut, oder nur irgendwas. Man ist ja immer, immer irgendwie eine Mischung aus Empfindungen und direkten Einflüssen, auf die man irgendwie reagiert. Und genau dieses chaotische System, und jetzt komme ich nämlich auf das Deterministische im Chaos. Hinterher kann ich genau verfolgen, oder weitgehend verfolgen, wie ist dieser Zustand entstanden. Aber wenn ich jetzt von dem Zustand hier vorher ausgehe, kann ich nicht sagen, ich werde diesen Zustand jemals erreichen. Und es gibt also sehr viele Spielsachen. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Ein großer Rahmen, vorne eine Glasscheibe, damit man reingucken kann. Und im Hintergrund ein Brett und schön regelmäßig Nägelreihen. Und zwar immer auf Lücke. Jede Reihe ist auf Lücke von der vorherigen. Und jetzt lässt man oben irgendwo in der Mitte eine Kugel reinfallen. Und die fällt auf einen Nagel. Sie kennen das. Und jetzt an diesem Nagel hat diese Kugel die Entscheidung, nach links oder nach rechts zu fallen. Und fällt dabei, je nachdem wieviel Schwung sie hatte da beim Abrutschen, auch wieder auf einen Nagel oder gleich wieder in eine Lücke. Aber irgendwann, so spätestens nach drei, ich glaube das ist so errechnet worden oder auch ermittelt worden, spätestens nach drei Reihen sich durch die Nägel durchzumogeln, trifft es wieder auf den Nagel. Kriegt wieder einen Schlag und rutscht weiter ins Eck oder rutscht wieder zur Mitte zurück. Es ist absolut unvorhersagbar, wie das passiert. Man kann es noch so genau machen, das heißt, wenn ich mit der Hand mache, sag ich immer gut, ich habe mal kräftiger, weniger kräftig gedrückt. Ich kann es mit einer ganz präzisen Maschine machen, die diese Kugel fallen lässt. Und es wird immer eine sogenannte Gausssche Kurve entstehen. Also eine sogenannte Normalverteilung. Alle Extreme sind möglich. Die Mitte hat die größere Wahrscheinlichkeit. Ist klar, es wurde ja auch in der Mitte losgelassen. Und genau so ist, sagen wir mal, wir können jetzt also jeden einzelnen dieser Nägel als markante Punkte in unserem Leben sehen. An denen irgendetwas passiert ist und ab da hat sich das Leben manchmal nur ganz wenig, manchmal auch radikal verändert. Und diese Veränderungen, ja, die waren nicht immer nur der freie Wille. Manchmal wurde man in eine Situation geworfen, für die man nichts kann. Und mit der man aber umgehen muss. Und da auch wieder, auch da ein kleiner Vorgriff auf das Inneagramm. Es gibt nur einen einzigen, sagen wir mal, Urimpuls. Und das ist das Leben wollen. Und alles, was das Leben bedrohen könnte, muss irgendwie bewältigt werden. Und dass das Leben bedroht wird, das spüren wir. Aber womit? Mit der Angst. Und da ist das Deutsch sehr, sehr differenziert und unterscheidet zwischen Angst und Furcht. Das machen nicht alle Sprachen. Spanisch kennst du auch. Miedo und demor. Kirghaar hat es ja schon noch unterschieden. Alles in Furcht hat Kirghaar unterschieden. Söder Kirghaar. Ja. Alles in Furcht unterschieden. Und diese Lebensangst, das ist klar definiert, der Kirghaar, kann einen ganz vollkommen lähmen, dass man also unfähig ist, etwas zu tun. Es kann aber auch Ansporn sein. Und je nachdem, und da ist jetzt eine Frage, wie die einzelnen Archetypen mit dieser Lebensangst umgehen. Und wie sie sie umsetzen. Der eine, der sagt, ich muss einfach ganz, ganz lieb zu allen sein. Und dann werden sie mich auch lieben. Und diese Liebe hat, wie hier, unterschiedliche Stufen. Es kann wirklich Zuneigung sein. Oder es kann Freundschaft sein. Es gibt aber auch, und das fehlt mir hier im Grunde genommen, diese Klammerliebe. Die manche Mütter haben, die ihre Kinder nicht loslassen können. Aber auch in einer Partnerschaft, wo also so merkwürdige Dinge wie, du liebst mich nicht mehr, als Vorwurf dargestellt werden. Das kann sein, dass man jemanden nicht mehr liebt. Das passiert. Und einem tut es mehr weh als dem anderen. Aber es ist nicht unbedingt eine Sache, die ich fordern kann. Ich kann keine Liebe fordern. Und das wäre also, ja, wo würde man so eine Liebe unterbringen? Hörigkeit wäre auch so ein... Hörigkeit, ja, das ist jetzt also die... Klammern. Ist auch ein Klammern. Ja. Und da ist eben diese Angst, verlassen zu werden. Ja. Dieses sich an etwas anklammern, etwas festhalten. Und das lieber eine, sagen wir mal, total bescheuerte Beziehung, also gar keine. Ja. Ja. Und dieses Umgehen mit der Angst, dieses Nicht-Loslassen-Können, ja, sagt unter anderem ja auch sehr viel aus. Das sind dann also, das ist zum Beispiel, es gibt für jeden, es sind neun Typen im Enneagramm, und für jeden Typ gibt es ein Schlagwort, das ich doof finde, darum zähle ich nur. Ich sage Typ 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein bisschen wertneutraler. Ja, das wäre also zum Beispiel dieser Typ 1, der also so als dominant ist in Richtung, ich liebe euch doch alle, also müsst ihr mich auch lieben. Dann gibt es andere Typen, die sind also mehr so auf Show, also im Grunde verlogene Typen. Ich zeige etwas, was ich gar nicht bin, aber dann werde ich akzeptiert. Es geht ja immer um dieses, ich werde akzeptiert, ich kann durch, ich kann weiterleben. Das ist so ein genanntes Gesellschaftsspiel. Ja. Höflichkeit. Die feine Art zu lügen. Ich weiß Bescheid, du weißt Bescheid und jeden macht zu lügen. Das ist glaube ich auch wie der Bosch, ne? Passt auf jeden Fall. Ja. Ja, also das wären also zum Beispiel Dinge, dass man sich bei diesen beiden zum Beispiel, Zwiespalt und Gleichgültigkeit, in diesem Zwiespalt befindet, ist der oder die, mit der ich da zusammenlebe, mir eigentlich wirklich noch wichtig. Und wie zeige ich das und wie ist die Reaktion darauf? Nicht so. Und da kommen Dinge, die eben dann nicht mehr psychisch sind, sondern also zum Teil physisch. Und da kommt zum Beispiel das Thema Vergewaltigung in der Ehe mit rein. Was ja nicht nur sexuell sein muss, sondern allein schon der Versuch, jemanden anzufassen. Ich will jemanden streicheln und der weicht zurück. Das ist nur eine ganz kleine Geste. Und dafür das gespürt zu haben, wann tue ich etwas, was offensichtlich nicht akzeptiert wird. Wann merke ich, dass ich eigentlich gar nicht gehe? Und jetzt kommt wieder diese Angst mit rein. Was ist dann? Die schlimmste Trennung oder die endgültige Trennung ist der Tod. Wenn jemand gestorben ist, dem kann ich keine Vorwürfe machen. Und der leidet wahrscheinlich auch nicht. Zumindest ist noch keiner zurückgekommen und hat sich beschwert. Was da nun wirklich abläuft, ist Spekulation. Abgesehen mal von dem ganzen Verwesungsprozess, der ist gut erforscht. Aber diese Persönlichkeit, wo nimmt die denn weiter? Im eigenen Herz, in der Erinnerung. Positive und negative. Und negative Erinnerungen werden vielleicht mit der Zeit ein bisschen verblassen. Aber nicht unbedingt notwendigerweise. Es kommt darauf an, wie schlimm diese Erinnerungen sind. Und wie man sein eigenes Empfinden zur Zeit, als es geschehen ist, mit dem Empfinden heute interpretiert. Und das ist eigentlich die große Schwierigkeit überhaupt von jeglicher Zeugenaussage. Was habe ich wirklich gesehen bei einem Unfall, bei einer Straftat? Was kann ich wirklich erzählen? Und warum war ich gerade zu diesem Zeitpunkt da? Kann ich denn alles erzählen? Und wenn ich nicht alles erzählen kann, weil es könnte mich mit der Tat in Verbindung bringen. Auch da wieder die Angst. Sie mag noch so unbegründet sein. Man kann Angst wirklich vor Dingen haben, vor denen man sich überhaupt nicht fürchten muss. Ein geschlossener Raum. Die Tür ist offen. Und trotzdem fühlt man sich beengt. Also solche Ängste. Andere Ängste, die im Grunde genommen aus Furcht entsprungen sind, weil man bestimmte Dinge erlebt hat. Beispielsweise, dass ein Unfall passiert ist, in dem man verwickelt war, aus dem man glimpflich rausgekommen ist. Aber in dem Moment, in dem der Unfall passiert, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon etwas anders erlebt hat. Ich hatte einen solchen Fall. Im Grunde war es ein Stau. Und ab und zu mal ging es auf der einen Spur ein bisschen weiter. Wie das üblich ist. Und dann entsteht plötzlich eine Lücke. Und dann schießt also ein Kolonnenspringer, schießt da mit rein. Und will also in diese Lücke. Der, der dahinter war, der hat das auch gesehen, dass da eine Lücke ist und dass er gepennt hat und nicht gleich aufgeschlossen ist. Und ist mit Vollgas in diesen reingedonnert. So, das war genau der, der hinter mir saß, äh fuhr, der also da in diese Lücke reinschießen wollte. Der andere ist gegen ihn gefahren, ist an die Leitplanke gedotzt und ist dann also auf diesem Kantstein zwischen Straße und Leitplanke hängen geblieben. Und denjenigen, den er da angeditscht hat, den hat er direkt vor mir rumgefahren. Also ich saß da, mir ist wirklich nichts passiert. Ich hatte keinen Schaden, gar nichts. Aber ich habe so gezittert. Aber während des Geschehens, ich habe das mal angeguckt. Der ist ja blöd und stinkt und sonst was. Und als sein Stillstand war und das Geschepper sich gelegt hat, bin ich ausgestiegen und war so ein bisschen normal. Es ist gar nichts, mir ist nichts passiert. Nur die Vorstellung, es hätte etwas passieren können, der hätte ja auch dieses andere Auto genauso gut auf mein Auto drauf schieben können. Das ist nicht passiert. Was ist das? Glück? Zufall? Die physikalischen Regeln in diesem konkreten Fall haben gegriffen. Die ganzen Vektoren, wie also was aufeinander prallt, welche Massen einander beeinflussen und dergleichen. Aber wenn ich da stehe und mit den Knien zitter, denke ich doch nicht an physikalische Vektoren. Schicksal. Ja, glücker hart. Adrenalin. Ja, aber das sind, sagen wir mal, das ist so eine Extremsituation, in der also erstmal der ganze Organismus, ich weiß nicht, sich reagiert. Und das sind sehr, sehr physische Empfehlungen, also Reaktionen, aber nur auf eine Vorstellung. Nämlich die Vorstellung, ja, wenn ich Pech gehabt hätte, hätte er das Auto in mich reingefahren, wäre ich tot oder sonst was, schwer verletzt. Das heißt, nur diese Vorstellung erzeugt diese Angst. Und ich möchte das sogar noch umdrehen und sagen, nein, die Angst erzeugt diese Vorstellung. Die Angst ist das primäre, die primäre Reaktion auf irgendetwas, was als bedrohlich empfunden wird, unabhängig davon, ob es das richtig ist oder nicht. Und deswegen also zum Beispiel, gut, wir können versuchen, jetzt mehr körperlich, seelisch, geistig das einzuordnen. Und ich glaube, wenn jeder dahin kommt und anfängt, jetzt sich herumzukleben, um das einzuordnen, wir fotografieren das, dann ist der Nächste dran, dann fotografieren wir das wieder. Und ich gehe mal davon aus, es wird sich ändern. Das heißt, die Einschätzung dieser einzelnen Begriffe ist für jeden Einzelnen unterschiedlich. Aufgrund der Erfahrung. Aufgrund der Erfahrung. Das heißt, jeder hat seine persönliche Geschichte und aus dieser Geschichte heraus hat sich seine Persönlichkeit entwickelt. Und auf die Weise haben wir keine zwei identischen Menschen, auch nicht mal eineiige Zwillinge. Selbst diese eineiigenen Zwillinge, die zusammen im Kinderwagen da hier parallel nebeneinander sind oder hintereinander, was noch viel schlimmer ist. Einer muss immer über den Hinterkopf vom anderen angucken, sieht sich immer benachteiligt, im wahrsten Sinne des Wortes. Setzt mal die nebeneinander. Okay, der eine, der kann also immer ins Grüne gucken und der andere stinkt bei den Autos. Und das heißt, es wird einfach vom Werdegang nicht identisch sein. Genau so wie die Kullerchen. Auf einen falle ich nach da, falle ich nach da. Und wenn ich nach da falle, falle ich weiter nach da oder falle ich wieder zurück. Und dieses Ping-Pong-Spiel, das da stattfindet. Ich weiß nicht, wie man das genau nennen soll. Zufall, Schicksal, ich nenne es Chaos. Das ist einfach das Nicht-Vorhersehbare. Was erwartet mich in einer bestimmten Situation? Die Erwartungshaltung kommt aus der Vergangenheit. Nämlich, ich habe bestimmte Dinge schon erlebt. Darum interessiere ich mich überhaupt erst für etwas. Wenn, was weiß ich, da jetzt ein großes Plakat steht. Und da wird also ein großer Catcher-Wettbewerb dargestellt. Ich höre sich die Leute, die offiziell die Fresse polieren. Das heißt also, die sich entsprechend fürchterlich verhauen und drücken und zerren und verrenken. Und sich auf die Matte schmeißen. Und ja, es gibt Leute, die da hingehen. Und die finden das gut. Und sie schließen auch den Retten ab. Und das wäre etwas, das kenne ich nicht aus der Natur. Aber gut, ich kenne auch eine ganze Menge Filme. Und sie haben bestimmt auch schon mal im Film irgendwelche Catcher-Situationen gesehen. Oder Einblendungen, dass da irgend so was in dieser Art war. Oder sogar Nachrichten kommt auch vor. Aber deswegen würde ich zumindest nie in so eine Catcher-Veranstaltung gehen. Ich glaube, du weißt, dass das Blödsinn ist. Nicht, weil das Blödsinn ist. Nein, da möchte ich auch wieder etwas ganz Persönliches bringen. Also, als ich in Peru war, gab es immer in der Oktoberzeit, war Corrida. Corrida ist die Zeit der Stierkämpfe. Und da werden also, ich glaube, sechs Wochenenden sind das, da werden jedes Mal sechs Stiere abgeschlachtet. Das muss man nicht haben. Und das war einfach, sagen wir mal die Toledos, das waren Stars. Die ganzen Veranstalter und die einzelnen, die Ställe, die Farmen, die diese Stiere züchten und trainieren. Und die also wirklich nur das Schönste vom überhaupt und mit völlig gleichmäßigen Hörnern. Also die Tiere müssen wirklich ein sehr hohes ästhetisches Kriterium erfüllen, um überhaupt zu einem Stierkampf zugelassen zu werden. Und makellos schwarz müssen sie sein. Nicht irgendwelche gefleckten Kühe da. Und das, nein, aber das war auch an der Schule, da wurden also die Eintrittskarten geschachert, ob man da überhaupt hin kann. Und selbstverständlich bin ich da auch hingegangen und es war überhaupt kein Problem. Ja, die Ästhetik, was weiß ich, der Tanz mit der Kappa und der Tanz mit den Banderies. Und dieser, dieser ganze, das Risiko, das der Stierkämpfer aufnimmt. Und ja, also wie sich der Stier verhält und manchmal wurde sogar der Stier ausgebucht, weil er nicht aggressiv genug war. Und das sind dann Dinge und ganz am Schluss, okay, der Stier ist tot und dann kommt, wird die Jury entscheidet, wie gut dieser Kampf und dann kommt, wird die Oliver, der hat seine Kappualunde, und jetzt muss ich garanti. Das habe ich gerade Audenin-Quintres DanANO angeht. Und das war er, ich bin erst mal im Augenblick. Aber, also das ist kein keine… Was?